Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Das Thema ist Faktencheck, aber nicht mit mir. Die Fakten wird diesmal Hartmut Zurm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik checken. Er ist ja da Direktor, unser Experte für die Fusionsforschung. Und genau das ist auch das Thema, denn, vielleicht habt ihr es gelesen, ein Zwölfjähriger soll in seinem Kinderzimmer die Kernfusionen vollbracht haben. Das wollen wir natürlich genauer wissen. Hartmut wird es überprüfen. Viel Spaß! Heute geht es um Fusionsforschung, aber nicht um den magnetischen Einfluss von Fusionsplasmen, sondern heute möchte ich auf eine Pressemitteilung, mehrere Pressemitteilungen eingehen, die vor zwei, drei Wochen die Runde gemacht haben. Ich lese mal eine davon vor. Hier steht, wir haben mit dem Jungen gesprochen, der sich einen Fusionsreaktor gebaut hat. Die finde ich nicht gut. Das sage ich gleich, warum. Hier bei der Welt steht es ein bisschen besser. Da steht, dieser Zwölfjährige hat in seinem Kinderzimmer offenbar eine Kernfusion vollbracht. Es geht um einen amerikanischen Jungen, Jackson Oswald, der offensichtlich in seinem Keller, gesponsert von seinen Eltern, eine Anlage gebaut hat, mit der man Kernfusionsreaktionen in Gang bringen kann. Und das hat er auch getan, so wie es aussieht. Allzu viel ist nicht bekannt aus der Pressemitteilung. Es geht aber auch darum, was ist das für ein Gerät und wie unterscheidet sich das Gerät von dem, was in der Kernfusionsforschung gemacht wird, so wie wir sie hier zum Beispiel betreiben am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Und der Unterschied ist einfach, der magnetische Einschluss von Fusionsplasmen, der versucht, den Plasma aufzuheizen, sodass da drin Kernfusionsreaktionen stattfinden, die netto zur Energiegewinnung führen, der ist was anderes, als Teilchen zu nehmen, Deuterium und Tritium zum Beispiel, und die einfach zu beschleunigen und aufeinander zu schießen. Da gibt es keinen Plasma-Einschluss zunächst, sondern man nimmt einfach die beiden Atomkerne, die man zum Fusionieren bringen will, und man beschleunigt sie und schießt sie direkt aufeinander. Es ist übrigens auch so, dass ich öfters mal entweder Kommentare sehe unter meinen Videos oder das auch schon per E-Mail als Frage bekommen habe, warum macht man das nicht? Das ist doch viel einfacher, mal sozusagen Teilchen auf 50 kV zu beschleunigen. Das ist technisch überhaupt nicht schwierig heutzutage. Sicher nicht so schwierig, wie ein Plasma von 100 Millionen Grad einzuschließen. Und dabei kann man doch auch Energie gewinnen. Und der Punkt ist leider, sonst würden wir es machen, damit kann man zwar Kernfusionsreaktionen erzeugen, aber nicht netto Energie gewinnen. Und hinten dran steht was, wenn man sich das überlegt, die zwei Teilchen, die sind positiv geladen, die schießt man aufeinander. Und man gibt denen die Energie, dass sie nah genug kommen können, dass sie Kernfusionen machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder Stoß zwischen zwei solchen Teilchen tatsächlich zur Kernfusion führt. Was nämlich passiert, wenn man sich die Wirkungsgeschnitte, also die Wahrscheinlichkeiten für diese Stöße anguckt. Es gibt auch den elastischen Stoß, wo die Teilchen aufgrund ihrer elektrischen Abstoßung einfach aneinander vorbeifliegen und abgelenkt werden. Und selbst bei den günstigsten Parametern ist dieser Vorgang immer noch 100 Mal wahrscheinlicher als der Fusionsstoß. Das heißt, wenn ich einfach Teilchen auf den Target schieße oder gekreuzte Teilchenstrahlen neben aufeinander schieße, dann habe ich nur bei jedem hundertsten von diesen Stößen tatsächlich eine Fusionsreaktion. Das heißt, ich muss hundertmal so viel Energie aufbringen, um die Teilchen zu beschleunigen, als ich hinterher sozusagen brauche für nur dieses eine Teilchen, was Fusion macht. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich 50 kEV aufbringen muss pro Teilchen, größenordnungsmäßig, das mal 100, dann sind wir bei 5 MeV. Und bei den 5 MeVs kommen irgendwie 10, 17 MeV raus aus der Fusionsreaktion, sind wir schon sehr nahe an der Energie, die überhaupt nur als thermische Energie frei wird. Und wenn ich die jetzt mit dem Wirkungsgrad umsetze in elektrische Energie und wieder zurückführe und versuche, Teilchen damit zu beschleunigen, sieht man sehr schnell, dass man keine positive Energiebilanz damit machen kann. Das heißt, man muss tatsächlich das Plasma thermisch einschließen, also ein thermisches Plasma machen, auf diese Temperatur bringen, einschließen. Und die Teilchen müssen die Möglichkeit haben, sehr oft miteinander zu stoßen, ohne dass sie immer wieder neu beschleunigt werden müssen. Und das ist genau, was in der Anlage, jetzt kommen wir zu Jackson Oswald, was in der Anlage passiert ist. Da handelt es sich um einen sogenannten Fusor. Das ist ein ganz seriöses Projekt sozusagen und sehr beliebt auch bei Leuten, die sich keinen Tokamak leisten können in ihrem Keller. Da nimmt man zwei Gitter. Beim Fusor kann es zum Beispiel so sein, dass man ein Gitter hat, was im Zentrum einer kugelförmigen Anlage ist und dann außenrum ein weiteres Gitter. Zwischen diesen beiden Gittern legt man eine Beschleunigungsspannung an. Dann erzeugt man zum Beispiel, in dem Fall war es wohl ein Deuterium-Plasma. Das Deuterium, die Gitter sind so geladen, dass das Deuterium beschleunigt wird, aufs Zentrum dieser kugelförmigen Anlage zu. Und da treffen die Deuterium-Kerne dann aufeinander. Und es passiert tatsächlich immer wieder Fusionsreaktionen. Aber ich muss jedes Mal die Teilchen wieder aufs Neue beschleunigen. Und eben nur jedes hundertste macht Fusion. Und damit kann man keine positive Energiebilanz erzielen. Damit kann man sehr wohl Neutronen, also Fusionsneutronen erzeugen. Damit kann man Strahlung erzeugen, elektromagnetische Strahlung, Röntgenstrahlung, je nachdem wie hoch die Energie ist. All diese Dinge würden funktionieren. Und wenn man auf den Seiten guckt im Internet, wo Leute Fusoren bauen, die Seriösen geben auch das als Ziel an und nicht einen Fusionsverktor zu bauen und daraus Nettoenergie gewinnen zu können. Ganz spannend ist noch die Frage, kann man nicht dann in diesem Inneren von diesen beiden Gittern, im Zentrum der Kugel, einen Plasma-Einschluss machen mit dem elektrostatischen Feld, was da drin ist? Die Antwort ist leider nein. Je höher man die Dichte macht da drin, umso weniger tief dringt das elektrische Feld ein, umso schlechter wird der Einschluss in dem Plasma. Aber kann ein Plasma nicht wirklich auf große Distanzen einschließen mit dem elektrischen Feld, weil Felder abgeschirmt werden in solchen Plasmen? Und die Frage ist auch, was passiert sozusagen, wenn man jetzt versucht, da drin die Alpha-Teilchen, die bei der Fusionsreaktion entstehen, sozusagen so wie bei der magnetischen Fusion, also der Fusion mit magnetischem Einschluss, einzuschließen und zu verwenden zum Selbstheizen des Plasmas. Dann hat man das gleiche Problem, das wir in unserem Togamaks haben, die Alpha-Teilchen heizen erstmal die Elektronen, die Elektronen werden heiß, die heizen das Plasma da drin und man muss zum thermischen Plasma zurückkehren. Das heißt, der Versuch, mit so einer Fusoranlage Nettoenergie zu erzeugen, führt letztlich zu den Problemen, die nur gelöst werden können, wenn man ein Magnetfeld und nicht rein elektrische Felder zur Verfügung hat. Und insofern ist sozusagen die magnetische Fusion der Weg, um stationären Plasma einzuschließen zur Energiegewinnung, aber Fusoren, elektrostatischer Einschluss, alles, was in diesem Umfeld außenrum passiert und die sich relativ leicht bauen lassen können, auch von Amateuren offensichtlich, so wie das hier aussieht, sind Anlagen, in denen man Neutronen erzeugen kann, einzelne Kernfusionsreaktionen machen kann und ist eigentlich ganz spannend. Ich finde es auch einerseits spannend, dass es einen zwölfjährigen Jungen gibt, der das macht, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob ich es toll fände, wenn mein Sohn eine Hochspannungsanlage bei mir im Keller aufbauen würde, vielleicht noch ohne mit mir drüber zu reden, aber das steht auf dem anderen Blatt und glaube ich mir nicht zu, zu beurteilen. Ich hoffe, dass das zur Klärung beiträgt, auch der Fragen, die hin und wieder kommen zu diesem Thema, nicht-thermische Fusion mit gekreuzten Beams und dann war es das für heute. Untertitelung des ZDF, 2020